So, Hi und Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Okay, Trumpet Terrorist Town Ich hab schon gedacht, dass wir gestorben ist, das wär so gut Ist mir direkt geschossen, was geht hier an? Das wär so gut Wir haben noch nicht mal richtig angefangen und ich hör schon brrrrrr Ich hab alles drauf, keine Sorge Aber erstmal möchte ich ne gescheite Waffe haben Oh Gott, ich will jetzt Ich mach Spiele Titanic Achso Dann steh ich mich hinter dich Bist du Rose oder bist du Jack? Okay, Rose Wem machst du nach? Ich hab Kürbel verstanden Titanic Titanic, achso Ich bin der König der Welt Kopf, nur Kopf Nur hier ist die Welt Mario Ich will hier an die Spiele auch die hier an die Ich hab nur eine M16 Ich hab nur eine M16 Ich hab nur eine M16 Echt? Oh, hier ist noch eine schwarze Ich hab nur eine M16 Ich hab nur eine M16 Ah, da am Boden Kann ich nichts mit anfangen Sanschein, brauchst du eine neue Mode? Ich bin in der Nähe beim Frauenklo Hm Schöne Klabotten für dich beide Nein Ach, Mann Das sind die letzte Spiele Hocko, lebt sie noch Hocko ist tot Hocko ist tot Äh, Hallo Lea Ja, ja Ich weiß Äh, weil das ist die letzte Entschuldigung der Zeit erwähnt Aber wo seid ihr? Äh, ich bin hier bei dem Waffenlager Wo ich gerade auch Lea um getroffen habe Das ist halt trotzdem da Schade Ist das ein Checking? Und? Hier ist ein Checking Ja, hier ist ein Plattenspieler Und eine Krone Oh, das scheint der Knast zu sein Der Schiffsknast Die Gruppenduschen Das ist gar nicht, dass die Knast geht Aua Die Waffen sind hier wirklich ein bisschen Rar gesät Ich denke Was sind sie ihr getan? So runtergefallen Das ist was wir Arsch Hocko, ich denke du bist tot Ich weiß nicht, wie man es schreibt Y Y Du darfst nicht reden, Mensch Ja, jetzt bin ich schon wieder hier Ja, jetzt bin ich schon wieder hier Und das muss es doch gar nicht werden Ich habe schon so einen leichter zu sagen, ne? Lukas lebt sie noch? Lukas? Auch nicht? So Okay, Sunshine Lukas ist auch tot Okay Warum? Okay Das verstehe ich jetzt auch nicht Lukas bist du tot? Weil wir haben auch einfach nichts mitbekommen Ja, eben Ja, dann muss es Leon sein Ne, ihr beides seines Okay, ja Ich habe sowas von nichts mitbekommen Überhaupt gar nicht Ja, dann hat der Mario halt beide weggemacht Der ist es Der ist es auch Ne, das kann sein Ich weiß nicht, aber wo er ist Ich finde keinen von euch Ja, ich auch nicht Ich meine, also die Zeit spielt für mich Ja, für mich halt auch Ne Ich habe keinen Bock hier Ne, kann nicht sein Wenn Lukas tot ist, dann musst du dir andere Traitor sein Also gut, allerdings Ne, muss nicht Kann ja sein, dass einer von denen mein Traitor war Ja gut, aber ich habe keine Leiter Und die sich gegenseitig irgendwie gemacht haben Ich kann keine Leiter finden Vielleicht hat jemand von dort geschmissen Weiß ich nicht Äh Ich finde, ihr habt auch keinen Schuss gehört, warum? Also, aber Lukas Ja, wir sind Wir sind Wie in einer Pum-Shotgang Ich weiß nicht, äh Ich weiß es nicht Würdest du denn Robbo sagen? Er hat nicht mehr als es Ja, aber Ich weiß nicht Ach Wieso ist das nicht Nein Leon, Gott, du Leon ist unten Okay Lika ist Traitor gewesen Leon Verarscht ja mich allein Du bist der böse Mario Es sind nur noch wir beide da Also, du bist Traitor Ich bin Inno Ja, die Explosion hat mich nur leider nicht erwischt. Entschuldigung! Der Nächster! Jawoll! Da hast du's! Ah, fuck! Verarscht kann ich ja leise! Ah, ich hab's! Ich hab's! Ich hab so'n schönen Dammel geführt! Was ist denn mit mir? Was ist denn mit mir? Ich hab nur meine Pflicht getan! Ui, das ist dein Ring! Alles super! Bei mir hackt's gerade! Ah! Vor allem! Ich hab auch den Revival! Ich hab doch noch direkt den Chen! Ich hab so'n schönen Double Kill gemacht! Und das hast du gemacht! Aha! Von wegen! Es zieht einfach so an mir vorbei! Tade! Ne tut mir leid! Ich hatte auch keine Schrotze gefunden! Jetzt hätt ich Leer und Direkt One klicken können! Naja! Ja, beim Tratter-Altin nutzt ja auch Sachen mit denen du die... Du machst noch ne Frage! Habt ihr die Leichen über Bord geschnissen? Nein! Nein, eben nicht! Ganz oben! Achso! Weil die haben ja Titanic gespielt! Da hab ich mir gedacht, okay, ich nehm ne Lemon und rasige ihn einfach weg! Ich hab halt nichts gecheckt! Äh, stimmt! Die Lem konnte auch von... Und dann wollte ich jetzt einfach sagen, Leon... Weil ich hab auch keine Radar! Ich hab mir den Blue Bull geholt! Weil ich... Wollte mir einfach sagen... Achso! Ach, Blue Bull! Ja, stimmt! Hätt ich mich auch noch holen müssen! Weil sonst... Du hättest in Quarro quasi sagen, komm, da mach jetzt einfach den Leon oder was! Ja, eigentlich schon! Ich hätt's auch schreiben können! Aber ich wusste halt nicht, wo du warst, weil ich kein Radar hatte und er auch nicht! Was? Ja, da... Das ist nämlich echt schade gewesen! Oh, gosh! Ich hab noch keinen! Ne Wacko! Ja, Dito! Ich hab nur Disco! Pfff! Ich hab ne Wifel! Was ist alles nix! Haha! Trotzdem! In der Fall! Tja, es geht viel für dich hier! Und ich bin ne Wifel! Oh, Wacko! Lebst du noch? Ja, ich lebe noch! Du hast doch grad leider gesagt! Ja! Leider schon! Ich sag's doch! Der ist hier der Gerber! Ich muss irgendwie nach hinten kommen! Was ist der Gerber? Äh... Selbstbeleidiger! Von... Äh... Werwolf! Ich glaub, der war ja nicht dabei! Das ist der, der aufbringend bleibt! Ja, stimmt! Du warst nicht dran! Ja, stimmt! Das ist der einzige, der am Geburtstag gefehlt hatte, leider! Ich hab ja mal sorgensichtlich die Tür aufgemacht, weil ich natürlich zerquetscht wurde! Das war ja... Bram mehrmals passiert! Hallo! Aha! Ach schau, ich kann mich gar nicht in den Tod stürzen! Doch du kannst von der... vom Schiff springen, wenn du wohin willst! Wie geht das? Ein bisschen bei dem Geländer! Moment, ich komm auch mal raus hier! Ich war im Knast! Ich komm frisch raus! Ich war im Knast! Ich war im Knast! Knastbruder! Knastbruder! Wir haben Jahre abgesessen! Ich hab keinen Namen genannt! Ich hab keinen Namen genannt! Wo war denn bei dieser Waffenraum? Ach so! Der war irgendwo in der Nähe der Küche! Ich bin beim... S-Saal! Weg! Okay! 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 Der war Traitor! Okko war... Indo! Ja! Okay! Krass! Das ist eine Masse! Ich hab keinen PROFIT! Was war das? Was war das? Mario was war das? Äh... Keine Ahnung! Ich weiß ja gar nicht wo ihr seid! Ich weiß auch nicht wo du bist oder wo Lukas ist! Das ist jetzt schlecht. Das ist echt schlecht. Nein! Ja? Ja, ich bin's. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. So, okay. Sorry. Oh, du hast mich nur halt so erschrocken. Ich dachte, das wäre jetzt Lukas. Der schießt mir jetzt hin. Ja, ich habe mich auch total erschrocken. Junge, Junge, Junge. Ich weiß halt immer noch nicht, wer von euch beiden böse ist. Ja, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob du es bist oder ob es der Lukas ist. Das ist ja... Trick. Ja. Jawoll. Ja. Ja. Hat's geklappt. Ich wollte dem Rocco, äh, Gefallen tun und da kommt der Mario von... Äh. Ja. Stalker. Ich wollte den Mario... Hast du den Boomerang nicht gesehen? Äh, nee, eben nicht. Und, äh... Ich hab mich so geärgert. Oh, fuck, hast du nicht getroffen und dann... Boom. Boom. Ach, übrigens, ich hab Lukas als erstes so'n Geflacht mit dem Boomerang. Ja, okay, okay. Ja, boom, 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 boom. Ich will jetzt mal ne gute Bock machen. Nee, wenn du siehst, ist alles ok. Niet hoch. Nicka, willst du meine Fiegel haben? So, einer von euch hat wahrscheinlich schön die Spatze vorne bekommen. Ich weiß immer, wo die Wiegel liegt. Und dann warten wir wieder fast. Ja, ich weiß, wo die M16 liegt, aber... Obwohl, ich wüsste auch noch, wo eine liegt. Hi Lukas. Hi. Du hast gar keine Waffe in der Hand. Okay, jetzt hast du den Korb in der Hand. Ah ja. Alles gut. Ich find ja sogar, weiß ich, er sagt, hi Lukas und Rocco und Lukas gleich da so, hi! Mario, wo gab's du? Das ist doch nett, wenn der auch hallo sagt. Ich bin gerade oben, ich bin jetzt wieder vorne an Deck. Ich fand das schön. Also nicht ganz vorne an Deck, sondern hier. Robusta, was war das denn? So ein Laserstrahler lang fliegen sehen. Da hat man Second Chance dieses Mal nicht gewinnt, ich hätte auch nur 41%. Echt jetzt? Ah, okay. Ja. Also jetzt da bist du teilweise auch noch, ich, äh, für das Geweift. So, ah, High Record halt. Ja. Ich leck mich durchs Schiff. Obwohl, ich hatte ja vorhin auch noch 50% oder so, aber trotzdem nicht wieder überlegt worden. Ja. Ah, hier ist die Rezeption. Ja, in der Nähe vom Knast. Ich bin an der Bar. Was wollt ihr trinken, Leute? Sancho, du möchtest wahrscheinlich Mojitos. Mojitos! Ja. Ja. Ich nehme einen Sex on the Beach. Ich nehme einen Sex on the Beach. Und nicht mit dem Sex geizen. Ja. Was? Hallo. Mojitos hat schon grad gestorben. Mojitos. 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 Wo isser mit, ich zeig dir wo man hier unten springt dran. Wo gibt's hier ein Frauen-Klo und ein Frauenlehrer-Klo? F bettingstrasen, Alter! Beides! Hast du mich verloren ich komm fast schon mehr? M chw刚 auf das 2ha! Ja genau, Gender-Klo! Ich hab noch Magnetos glückt. Ich hab einen guten flug Keание, im givingmenes geanço. Ich will hier immer auf'sa gehen. Ich will solche Klos sind öffentlich … STEVE SPRING! Ist 두berbar ich die mich gekriegt! Ah. Met Steuerung und Leertaste. Hier das M ocean. Was ist die Stadt? Ja oh jetzt ich hab ne점 Stallge mit porter temperatur. Ich bin ein gemischte Bäder, vielleicht gibt's dann noch ein Jahr bei dir. Na, dann kannst du hier runter. Okay, danke für dich. Kann man aber nicht, doch nicht. Das ist eine unsichtbare Wand. Ach, schade. Ich geh mal zurück. Okay, danke. Oh, Lukas. Ah, ich weiß, man irgendwie töte. Ja, ich. Wieso? Mario, du bist tot, ne? Nein, ich lebe! Okay, dann ist Lukas tot. Nein. Und was ist mit Rokko? Nein, ich lebe. Okay, du lebst doch. Und wo? Was? Das war hier... Mario, du bist... Verdammt. Hm. Äh, Rokko, wo bist du gerade? Äh... Ich weiß es nicht. Ah, fack ich ab. Äh... Ich bin jetzt vorne. Ich bin jetzt vorne. Ich bin einfach hier. Ja. Ich bin jetzt in mir... Wir sind jetzt hier. Was war das? Hako? Ja? Bist du immer nach vorne? Nee, ich bin jetzt drüben. Okay. Sauber, Mika! Ah, okay. Das Blöde, ich hatte keine Muni mehr gehabt auf meine Schu... Und dann kamst du... Ja, und dann so, oh shit, okay. Ich stell mich beim Schick... Oh, du Lackei. Ich hatte Lukas und Leon bekommen. Ja, ich hab's ja noch gesagt. Ja, ich hab's von hinten dann und ich konnte nichts mehr machen. Du hast ja, du kamst ja bei mir direkt von der Seite an. Ich dachte mir, na gut, vertraust ihm mal. Nein, er schießt mir in den Eiskalt. Nein, du darfst niemanden vertrauen. Ja. Ich dachte, man kann ja runterspringen. Du bist beim Sprout gestorben. Nein, nein. Ich bin einfach zurück zu meinen Waffen gelaufen und währenddessen hat Mario mich von hinten einfach erschossen. Achso, ach, der Mario schon wieder. Zwei Schüsse, zwei Schüsse, zwei Schüsse. Und dann wird er jetzt zu vorn geworden. Ja, ich bin aber einfach weitergerannt, als er geschossen hat. Sorry, Lukas. Ist ja, er macht nichts. Ich hab, wie ich mich umgedrückt habe. Oh, ich werd angeschossen. Okay, ich bin los. Oh Gott, jetzt, oh voll, die Runde geht ja noch nicht los. Es geht noch gar nicht los. Wo ist denn bei der Tür eingeschwitzt? Äh, hey, hallo. Hallo. Ah, hi. Hallo. Ich suche mal eine gute Waffe. Ja, ich such da auch eine. Ich weiß nicht, wo das Polizeipabier ist. Ich hab so Probleme, hier schrotzen zu finden. Ja, wo unten? Ja, warte, es gibt hier irgendwo und ja unten. Ich glaub, es war hier, hier geht's nochmal. Frau und Klo. Frau und Klo. Ich will dir hier in allen aus, Frau und Klo. Nein. Das war eh. Oh, cool. Ja, Rocco, dich wieder die ganze Zeit verfolgen. Wie gesagt, ich mag dich sehr gerne, aber... Ja, da musst du mich erschließen. Nein. Ich hab noch keinen Grund dazu. Gut. Ja, ich hatte gerade einen kleinen Lack gehabt, wo ich die Tür geöffnet habe. Oh, Mika. Aber trotzdem, Rocco. Ich war schon umgekehrt. Ich hab meine Pompstoffe angepasst. Und wie war's? Ja, nice, nice. Und wie war's? Zehnmal. Ten of ten. Kann ich mir jedem empfehlen. Ja, nice. Muss ich auch mal ausprobieren. Also Frauenknast, ne? Also... Männerknast, keine Ahnung. Ja, ja gut. Ja, komm ich auch rein. In Frauenknast? Ja. Einfach ein bisschen... Der Lukas kommt in Frauenknast. Shotgun! Shotgun! Das wird das mal so richtig hart gefeiert. Jawohl, dann ist der sowieso lesbisch. Ich glaube ich. Äh, wer hat da geschossen? Das war auch ich. Das war auch ich. Ich hab auch die Schiffchen geschossen. Guck mal. Ach du willst die Krone wieder haben. Rocco! Ich will die Krone haben. Oh. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Wie läuft der Kerber rum? Ich. Ich wollte die Krone. Kann ich das machen? Okay. Ja. Oh. Ich denke, ja. Das war ne... Bleib da fest. Ich... Nicht so gut. Du hast mal so ne Frage. Wo dachtest du eigentlich vorhin, dass du... da ohne Probleme runterspringen könntest. Okay. Wahrscheinlich. So. Ich hab mir... Oppo, du hast ne... Wow! Was war das denn? Laserschau? Da, wo du dich etwa erschossen hast, da kann man an der Seite so ein bisschen runterspringen. Ach so. Diese Laserschau, ne? Also Oppo und Mario, die sind da vorne sehr am Knudeln. Was machen die denn da? Ja, aber wo können wir die ganze Zeit... Knudeln. Ja, ich glaube da hat sich... Was... Was angewarnt. Was angewarnt. Was? Ich glaube da haben sich zwei gefunden. Keine Sorge, ist anscheinlich betrücklich. Das heißt ja... Kann ja trotzdem sein, dass ihr zusammen Tracker-Tracker seid. In jedem Mann steckt auch immer ein Schwein. Na... In einem nasen Schwein. Jetzt hab ich den Ohr aufbauen. Hier ist Geld! Was? Alter. Geld, 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 Geld. Das ist meins. Alter, ich bin im Büro, Alter. Das ist meins. Das ist meins. Ne, Büromanagement. Ja, ja. Training Week, wo? Ich bin gefunden, aber ist das sowieso weg. Alter, die fahren nach Osaka. Ne, der hat nur Training Week in Osaka. Im September. Von 15 bis zum 21. So, nur ein bisschen weit hin. Rocko ist immer noch... Rocko. Oh Gott! Hi Leon! Ach, ihr seid das! Ich bin schon wieder irgendwo in der Pampa. Ey Rocko! Lässt du von Mario ab, weißt du? Aber gehst mir noch auf die Eier oder demass. Ja, und ich mag nicht aufstehen. Aua! Wie war das? Ich hab doch nicht mal getroffen! Was war das da, du? Was hieß du? Also ich hab dich gestoppt. Ich weiß jetzt nicht, wer... Wow! Leon! Leon hat nen Bummergang! Leon ist Traitor! Der kann Bummergang, der ist schon! Das ist verbunden! Ne. Leon war Traitor. Oh. Und jetzt? Wo ist man hier? Weiß ich nicht, ich wusste ja. Ah. Hier unten? Ja, Lukas, jetzt hab ich Angst. Jetzt hast du Angst? Ach, okay, dann geh ich halt weg. Nicht, dass der... Nein, Entschuldigung! Ich weiß halt immer noch nicht schlecht, welche Sonne du bist. Oh, süß! Sanja, wo bist du eigentlich? Ich bin immer noch im Büro! Immer noch? Achso, okay! Smile! Ähm... Vorstellungsgespräch? Alter! Ich bin schon wieder am... in den Toiletten. Ich bin schon wieder in... in nirgendwo. Ich bin in Staff-Only. Ich find mich hier nicht zurecht. Ich find mich hier nicht zurecht. Also einer... Da ist es ja noch. Ah, da ist es ja noch. Ich bin halt... Ja, ich würde sagen... Mario... Keine Ahnung... Verpiselt sich? Und wir anderen? Gucken, wie wir klarkommen oder so. Keine Ahnung, ich bin noch in... Das würde jeder sagen, dass der Innere ist. Ja, stimmt. Ja, eben drum. Oh, hier ist noch ein Büro. Solange vorher was passiert. Alles so asiatisch angehauft. Ich glaub, hier arbeiten die meisten Asiaten. Hm. Okay. Ich bin in der Dusche. Ach, schon ein Schlafzimmer. Sehr gemütlich. Ach, hi Rocco. Hallo. Oh nein, du bist ja verletzt. Irgendwas ist da mit 300 Euro. Ja, weil Leon mich... Oh. Scheiße. Wo seid ihr? Ja, dann muss ich dich beschützen. Ich guck mir gerade paar Dodos an. Machst du das? Was? Oh, hier ist ein Plattenspieler. Ja. Und... Lodo-Vögel. Ah, hier ist es da vorne. Oh, danke schön. Alter, hier sind riesige Waffen, Alter. Ah, da bist du gerade. Okay, ja. Nee, geh weg. Hör zu. Hör zu. Krieg dich ja nicht zu. Der ist doch... 100%... Der hat doch Leon erschossen. Hallo. Ja, weil... Der war ja eh Traitor. Ja, also... Entweder ist es Lucas oder es ist, äh... Rock. Jetzt hab ich Angst. Nein. Au. Au. Oko, lebst du noch? Ich will nicht. Geh weg. Okay, ich... Sauber, Lucas! Jawoll! Nice. Das war so knapp. Ich hatte auch noch 30 Leben. Der musste mich auf Streifen. Ich hab erstmal niemanden gefunden. Schaden. Ich hab ja nicht mehr... Oh Gott. Oh Gott. Hab du das irgendwie... Ja, ich dachte schon, dass es Lucas war von... Was ist Airbus? Oh Gott. Oh, warte, du hast... Keine Ahnung. Ich finde es auch. Ähm... Die Sache. Ach, es hat schon einen Punkt hinter mir. Okay, wir waren die Besten. Hey, wie kommt man das denn nach? Äh, mit... Äh... Ja, genau. Einfach Tab gedrückt halten. Da sieht man auch, wenn man noch lebt, wenn andere disguised wurden. Beziehungsweise halt aufgedeckt... Wenn andere Confirmed Traitor sind. Confirmed, ja. Ja, nicht nur Traitor. Ja gut, eh nur Traitor. Also Leute, die tot sind, die leben. Genau, oder Leute, die verschwunden sind. Die halt Confirmed sind. Also disguised. Äh... Ach Gott. Hatten wir die nicht schon mal? Ja. Damals. Oh. Ja, ja, genau. Damals. Wo ich an einer Ecke hier festlegen und Leon mich einfach... instant erschossen hat. Wo ich nie eine Waffe gefunden habe. Nein, Spaß. Ich hab nur Diegel. Ich hab nur Shotgun gefunden. Das war doch die Wahrheit, Mario. Ich hab die instant erschossen. So. Es war schön. Wieso ist beim Preparing immer noch auf null? Ja, jetzt zählt er wieder von vorne an. Ja. Das ist komisch. Ich hab 25. Ich komm nicht weg. Ja. Cool. Ich hab Legs. Wahrscheinlich deshalb. Oh. Wahrscheinlich hab ich deshalb auch eben gebrauchen. Ah. Hallo. Hi, Rokko. Leon, was machst du da? Ich muss denen irgendwas machen. Um hier reinzukommen. Guten Tag. Guten Tag. Nee, ich will. Ah, schon. Nein, danke. So. Hi, Lukas. Na? Was geht? Ich hänge an der Tür fest. Bis zu viel. Oh Gott. Seid ja nicht wieder hängen. Obwohl, Nerona ist ja trotzdem gewonnen als Creator. Ich hänge an der Tür fest. Soll ich mal aufmachen? Ja. Du sollst aufmachen. Du sollst nicht ja schief. Okay. Äh. Dafür muss ich erstmal hier hochreißen. Okay. Die Tür ist offen, aber ich komme ja noch nicht weg. Echt nicht? Nee. Warte mal, warte mal. Ja. Halt dich auch mal, dann kam ich auch nicht weg. Das ist gut. Wer bist du? Ach doch. Durch die Zone konnte man das gar nicht sehen. Das versuche ich da. Ich kann mich auch nicht wegziehen, wenn ich hier im Theater benutze. Wir haben es auch teilweise so vermarktet. Hier. Wenn ich mal so einen Zaun stehe. Dann sieht man das gar nicht so richtig. Ach. Hi, Rocco. Ich bin hinter dir. Ja. Stimmt. Richtig merkwürdig. Ja. Auf jeden Fall. Wo seid ihr denn alle? Weiß ich nicht, ja. Die Map ist so groß. Die Map ist so riesig. Die Map ist so riesig. Ich weiß es auch nicht. Die Chance. Ich wähle meine. Wähle einen Weg. Wähle einen Weg. Power. Rocco? Was war das? Ich bin nur fast runtergefallen. Ja, ich komme hier gar nicht hoch. Hallo. Rocco, lebst du noch? Okay, Rocco ist tot. Wenn er die Leiche nicht konfirmen würde, würde ich sagen, es war Lukas. Ich? Ja, Mare macht den Fehler und konfirmt die Leiche immer sofort, wenn er wenkenswürtet hat. Ja, gut. Ja, gut. Hier liegt einer. Ach, ja. Ich habe gestanden. Da ist Rocco. Da ist er. Da ist Rocco. Ja, aber... Ja, er war Indo. Okay. Ja, dann... Wieso leckt das hier so krass? Ich port mich hier in Faru. Ja. Okay. Okay. Sag ich mal, lebst du noch? Ja, stimmt. Ja, Mika, lebst du noch? Ey, ich... Mika... Mika scheint, glaub ich... Das aussieht nicht. Oh Gott. Fass. Ich habe jetzt Angst, dem Lukas zu begegnen. Ich? Ich habe den noch konfirmen, weil ich ihn gerade eben gesehen habe. Das muss nix heißen. Deswegen! Ey! Was ist? Schießt wer auf dich? Ich habe nur noch Hälfte Leben. Schießt... Ja, ich schießt... Der schießt nicht wer auf dich! Achso. Leon war's. Jetzt, Leon war's! Was ist das? Mario, rede mit mir! so ich bin leider nicht ja ich habe verstanden ich bin ja ich habe verstanden ich bin ja schwächter könnt mich könnt mich weg teleportieren mit lukas oder noch wo ist mika ist die tot ach du warst noch da ich dachte du wärst auch schon weg ja ich hab die wie auch geholfen warum du dann ja leon schießt aber auf innocenten mach du dann mach ich auch eine aufnahmepause ja ich sagte mal ich schieße dir und jetzt einfach wenn ja lasst uns glauben hoch doch gerne ab oder schau doch bei marie rocco mikrofon holen warte warte hallo und dann sag ich mal da hin wir sehen uns hallo ja hallo also rein du hast kein scheiß bekommen ne